Das Thema des Tages sind Chancen gegen Risiken. Und was kann man da besser zeigen als den Chart? Deshalb habe ich gedacht, bevor ich hier irgendwie von Kamera aus das mache oder selbst in das Objektiv blicke, zeige ich doch lieber den Chart. Denn da ist es gerade super spannend. Einerseits haben wir, wir sehen das hier beim Nasdaq beispielsweise, eine wunderschöne Unterstützung. Die wäre so passend, wenn der Kurs hier dreht. Wir sehen das hier oben in dem Bereich im Tageschart. Da sind viele, viele Fibonacci-Marken. Es wäre symmetrisch. Das sind alles so Attribute, die der Markt generell mag. Das ist keine Garantie, dass der Markt dreht, aber er mag es ganz gerne und dort ist die Chance für einen Dreh relativ groß. Aber will man wirklich auf einen Dreh setzen, guckt man nämlich auf den Fünf-Minuten-Chart beispielsweise, dann sieht man, dass nach der heutigen Eröffnung jedweder Mut geschwunden ist. Wir hatten vorbörslich, Amerika bezogen vorbörslich, gar nicht so eine schlechte Bewegung hier nach oben. Aber wir sehen das schon, man kann es ja ahnen, es ist eben nicht so richtig von Vortrieb gezeichnet. Es hat so ein bisschen was Wackeliges. Nicht so richtig stark. Dieses ganz heftige Wackeln, dieses ganz heftige Hin und Her, dieses sehr zu seitwärts Schleichen, das war hier gar nicht mal der Fall. Aber richtig Vortrieb gab es hier eben auch nicht. Und spätestens jetzt ist klar, die Bullen haben immer noch nichts zu melden. Und es sieht so aus, als ob das vorläufig noch so anhält. Also, wollen wir mal einen Blick drauf werfen, was der S&P macht. Da sieht das Bild natürlich generell ähnlich aus. Da war es sogar noch ein bisschen dynamischer hier auf dem Weg nach oben. Und das ist ein Grund, warum ich das so sehr betone und so wichtig finde, ganz bewusst, dass wir immer auch die Gegenseite abwarten. Denn hier hat man vielleicht gesagt, ja, vielleicht ist das nicht perfekt, aber ja gar nicht so schlecht. Und da achte ich ja immer drauf, wenn es dann wackelig runterkommt, hey, dann kann ich sagen, dann springe ich doch auf die Longseite auf. Hier in dem Fall haben wir nach diesem zarten Pflänzchen aber eine scharfe Abwärtsbewegung, damit es alles erstmal zerstört. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Wenn es jetzt hier wackelig nach oben kommt, irgendwie sowas, dann gucken wir natürlich in die Richtung der letzten Schubbewegung. Und das wäre in dem Fall eben die Fortsetzung nach unten. Das so als kleine Möglichkeit, wie man da vorgehen kann. Also das Prinzip ist schönerweise bei allen möglichen Titeln gleich. Hier sehen wir nochmal den Index, den Dow Jones, auch der ist an der 38,20er. Und im Umfeld hier dieses letzten Zwischentiefs, das ist noch in Ordnung. Man kann noch sagen, dass das der Einflussfaktor dieser Unterstützung ist. Wir sehen, dass er auch verkauft wäre, aber er muss jetzt was können. Und bis jetzt sieht das eben auf der Abwärtsseite scharf auf. Wir sehen das hier im 15 Minuten scharf. Abwärts scharf, wackelig hoch. Abwärts scharf, wackelig hoch. Abwärts scharf, hier weiß man noch nicht so genau. Hier geht das jetzt los, dass es ein bisschen wackeliger nach unten ist. Deshalb hier ebenfalls, das ist der Index wohlgemerkt, also nicht unbedingt handelbar, aber zum Draufgucken, zum Orientieren, was der Markt macht, durchaus sinnvoll. Da sehen wir, die Bewegung fängt jetzt ein bisschen an, zögerlicher zu werden. Wir werden gucken, was da hinten passiert. Und auch hier gilt, geht das und kommt das. Klasse. Dann sind wir auf dem Weg nach oben und wir können uns auf die Long-Seite da gesellen. Bekommen wir aber stattdessen irgendwie weiterhin wackelig nach oben, so wie wir das hier hatten, so wie wir das hier hatten, wie wir das hier im Wesentlichen ebenfalls hatten, dann bleibt es vorläufig bei der Abwärtsseite. Und wir benutzen ja ganz gerne einen Trigger, das letzte Zwischentief. Das ist jetzt noch geraten, nicht den Wert jetzt auswendig lernen. Wir wissen ja nicht, ob er so hoch kommt. Das kann auch tiefer passieren. Also wenn der jetzt noch eine Viertelstunde fällt, könnte das Bild irgendwann so sein. Also wichtig, hier darauf achten. Abschließend noch mal einen Blick auf den DAX. Da allerdings auf den handelbaren Markt. Auch der hier ist nach unten gegangen, DAX Future. Jetzt in dem Fall das analoge ist natürlich der CFD, den wir hier haben. Aber zur Orientierung können wir den ja durchaus mal im Blick haben. Wir sehen sehr schubmäßig runter. Allerdings auch so ein bisschen wieder die Erholung. Also der DAX macht gar keinen so schlechten Eindruck. Auch hier gilt ungefähr, die eine oder andere Unterstützung liegt im Markt. Aber wir sehen schon, die ersten, die hat er einfach gerissen. Die können wir hier schon wegstreichen. Die sind schon Geschichte. Was nützt es? Der Markt hat sich nicht daran gehalten. Wir haben hier die 200er-Tage-Linien. Da sind wir noch in dem Einfluss. Diese nächste Unterstützungszone hier, die fette, die hat er ebenfalls. Können wir ebenfalls schon rausnehmen. Jetzt liegt die nächste ungefähr voraus mit dem, was ist es? Der Simple Moving Average hier, 200-Tage-Linie und noch ein paar Fibonacci-Levels. Ungefähr zwischen 600 und 540, sage ich jetzt mal so ganz grob. Darf ein bisschen überschießen, aber so in dem Rahmen sollte das bleiben. Natürlich nicht 500 Punkte, sondern 11.500. So, also wir sehen. Noch ist nicht wirklich Stärke da. Ich habe Ihnen eine Idee gegeben, worauf Sie gucken könnten, worauf Sie achten könnten. Wenn ein Dreh eben in der Richtung folgt, dann dürfte das so oder so aussehen. In der Hoffnung, dass es Ihnen weiterhilft, drücke ich die Daumen, dass Sie auf der richtigen Marktseite unterwegs sind. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und jetzt bitte. Ich bitte.